Marina Hörmann-Seder, die Designerin wird zweiten Mal Mutter. Im November 2020 wurde Marina Hörmann-Seder, 37, zum ersten Mal Mutter, nun soll ein zweites Kind ihr Familienglück mit ihrem Partner Paul Harlim krünen. Das gibt die österreichische Modedesignerin auf ihrem Instagram-Account bekannt. Lottie wird eine große Schwester, schreibt die 37-Jährige zu drei zuckersüßen Schnappschüssen von ihrer Tochter. Die mit einem Ultraschallbild sowie dem Familienhund grinsend für die Kamera posiert. Die Freude, bald ein Geschwisterchen in den Armen halten zu dürfen, scheint bei Lottie schon jetzt riesig zu sein. In diesem Zuge macht Hörmann-Seder auch ihrem Lebensgefährten eine Liebeserklärung. Verlinkt seinen Account und schreibt lovju, dt, ich liebe dich. Die Freude über den erneuten Nachwuchs im Hause Hörmann-Seder ist auch bei Marinas prominenten Freunden groß. Fußballmannschaft in Progress, schreibt Designer David Tomaszewski, 42, und verlinkt scherzhaft Paul Harlim. Model Nico Portour kommentiert mit den Worten Onagicik, ich freu mich so, Cheyenne Ochsenknecht. 22, teilt unter dem Beitrag gleich mehrere Herzchen Emojis und Nikita Thompson 42, schreibt herzlichen Glückwunsch Nach der Geburt von ihrer Tochter stand Marina Hörmann-Seder nur eine Woche später für Germanis Next Topmodel vor der Kamera Ich habe mich so gefreut, dabei zu sein, dass das Adrenalin total überhand genommen hat und ich die Erschöpfung gar nicht gemerkt habe Im Nachhinein war ich sicherlich in einer Art Trance, als ich dann nach einem 13-stündigen Drehtag zu Hause ankam War ich so platt und habe mich drei Tage ausruhen müssen, sagte die Designerin im Februar 2021 im Gespräch mit Spot on News und erklärte Eine Woche hatte ich Zeit, mich auszuruhen Es ging tatsächlich Schlag auf Schlag weiter und das ist auch gut So gut ist auch, dass Homeoffice so angesagt ist, also mache ich vieles von zu Hause Die Motoren laufen bei uns weiter und daher gebe ich Gas Pausen mag ich nicht so gerne Stillstand ist nicht mein Freund Bleibt abzuwarten, ob uns die 37-Jährige auch nach Babynummer mit 2 mit einer ähnlichen Aktion überraschend wird Verwendete Quelle, Instagram.com, Spot on News